Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wunschpartner-Orakel. Ja, heute ist das Orakel dran, die Gedanken, die Gefühle und der nächste Schritt deines Wunschpartners. Wir schauen uns hier an, was denkt dein Gegenüber, was fühlt dein Gegenüber für dich und was wird er denn als nächstes in deine Richtung unternehmen. Das ist ein allgemeingültiges Orakel, das kann jetzt hier auf dich zutreffen oder nicht. Du kannst bei mir diese Beratung oder diese Kartenlegung natürlich auch bei mir buchen. Ich habe euch die Karten in der Infobox verlinkt und ich habe euch meine Homepage verlinkt, wenn ihr von mir gerne eine persönliche Beratung haben wollt. Denn, wie gesagt, dieses Orakel kann nicht auf alle zutreffen, da es hier ein allgemeingültiges Orakel ist. Ich habe mir gedacht, ich mache das heute ganz einfach und lege hier diese Legung mit dem Karten-Orakel Blick in die Seele mit Rosalinde Haller aus. Ich bin gespannt, was hier die Karten zeigen und ich starte jetzt mal los mit den Gedanken deines Gegenübers. Oh, das ist schon mal sehr interessant, denn hier ist die Geliebte gefallen. Das ist die weibliche Hauptperson, die oder der Zuschauer oder die Zuschauerin sozusagen. Du bist also in Gedanken deines Gegenübers. Jetzt schauen wir, ob das positiv oder negativ ist. Oh, da haben wir noch eine junge Frau oder in dem Fall auch ein junger Mann. Das heißt, dein Gegenüber denkt sehr wohl an dich und an eine andere Frau, an einen anderen Mann. Und da haben wir den höchsten Erfolg. Ja, höchstwahrscheinlich hast du es mit jemandem zu tun, der hier entweder sich auch nach anderen Frauen oder nach anderen Männern umsieht, um hier Erfolge einzufahren. Oder dein Gegenüber ist einfach noch in einer Partnerschaft und denkt hier sowohl an dich als auch an seine Partnerin und an den höchsten Erfolg. Also, kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber so der klassische Playboy ist, ein Gigolo ist. Dann denkt dein Gegenüber halt wirklich, dass er Erfolg bei Frauen hat, bei dir und auch bei anderen. Und wenn dein Gegenüber in einer Partnerschaft ist, dann ist das natürlich klar, dass hier mit der jungen Frau einfach die Partnerin gemeint ist. Schauen wir uns an, was fühlt denn dein Gegenüber für dich? Da haben wir die unverhoffte Freude. Also dein Gegenüber scheint hier schon ein Stück weit verliebt zu sein. Ja, so diese Verliebtheit, diese Schmetterlinge im Bauch, diese Freude, diese Leichtigkeit. Aber ob es die große Liebe ist, können wir hier noch nicht sehen. Dann haben wir die Treue. Die Treue steht eben auch klassisch für die Treue. Aber wir haben ja hier in seinen Gedanken auch noch andere Frauen, andere Männer. Ja, kann man jetzt sich fragen, ob das jetzt hier mit Treue zu tun hat. Ja, ansonsten steht hier diese Karte auch so für die Freundschaft. Ja, dass dein Gegenüber einfach hier freundschaftliche Gefühle für dich hat. Gefühle der Freude, der Leichtigkeit. Und dann haben wir das Glück. Ja, also man kann hier eindeutig sagen, dass dein Gegenüber für dich schon Gefühle hat. Ja, und dass er diesen Gefühlen auch treu ist. Aber mich stört hier irgendwie die junge Frau in den Gedanken. Ja, also aber dir ist er hier wirklich auch emotional treu. Er erfüllt hier die Freundschaft, die Treue zu dir, die Freude, das Glück. Ja. Ja, all das sagt uns jetzt aber noch nicht, wie es weitergeht. Ja, denn Gedanken und Gefühle sind was ganz anderes, als wie das, was jemand hier wirklich tun wird. Es kann, jeder hat seinen freien Willen. Und dein Gegenüber kann sich ja auch gegen diese Gefühle entscheiden. Ja. Deswegen schauen wir uns jetzt gleich an, was wird denn dein Gegenüber als nächstes in deine Richtung unternehmen. Und bitte bedenkt, allgemeingültiges Orakel, diese Legung kannst du bei mir auch buchen. Einfach in die Infobox schauen, da findest du den Link zu meiner Homepage. Oh je, oh je, da haben wir die Krankheit. Also hier scheint es nicht wirklich vorwärts zu gehen mit deinem Gegenüber in der nächsten Zeit. Dann haben wir die neue Liebe, die hier momentan nicht so unter einem guten Stern steht mit der Krankheit. Ja, also hier scheint dein Gegenüber sich einfach in der nächsten Zeit nicht für dich zu entscheiden. Und dann haben wir den jungen Mann. Sehr, sehr interessant. Das ist aber jetzt hier nicht dein Gegenüber, denn wenn nicht dein Gegenüber das wäre, würde hier der Geliebte fallen. Es kann natürlich auch sein, das ist ein ganz anderes Szenario, dass dein Gegenüber jetzt krank vor Sorge sein wird, weil du hier einfach jemand Neues kennenlernen wirst. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, kann es einfach sein, dass jetzt einfach noch nicht die Zeit reif ist, eure Liebe zu leben, dass sich dein Gegenüber noch nicht öffnen wird und dass aber hier auch ein neuer Mann in dein Leben kommen wird. Ja. Und das Ganze neu aufrollt oder in ein ganz anderes Licht rücken wird. Andere Möglichkeit, wie gesagt, wäre, dass dein Gegenüber, falls du jetzt vielleicht schon jemand anderes kennengelernt hast oder noch kennenlernen wirst, jetzt einfach krank vor Sorge sein wird und hier Kummer haben wird, weil du hier vielleicht jemand Neues kennenlernst. Hier geht es aber auch um den nächsten Schritt und hier sehen wir, dass dein Gegenüber noch nicht wirklich einen nächsten Schritt in deine Richtung tun wird. Ja. Da gibt es noch Stagnationen, kränkelnde Situationen. Also so in der nahen Zukunft sieht man jetzt noch nicht, dass hier etwas sehr Großartiges in Bewegung kommen wird, aber man sieht hier, dass jemand anderes hier bei dir oder auf dich zukommen wird. Ja. Dass diese ganze Situation in ein ganz anderes Licht jetzt gerückt wird. Wobei dein Gegenüber hier schon sehr stark an dich denkt, hier wirklich auch für dich Gefühle hat, aber so richtig in die Gänge scheint es in naher Zukunft noch nicht zu kommen. Und es kann auch sein, dass du dich jetzt hier einfach wieder jemand Neues eröffnest. Und das macht man deinem Gegenüber natürlich auch krank. Das kann natürlich auch sein. Aber scheint noch nicht so arg zu sein, denn man sieht es noch nicht, dass dein Gegenüber großartig in die Gänge kommen wird. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Orakel ein klein wenig helfen. Ich wünsche euch natürlich eine wunderschöne Zeit. Und ich sage bis zu den nächsten Orakeln. Alles Liebe. Ciao.